moin hallo 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 und herzlich willkommen in zombie island boah hast du das eben gesehen man in god of duty war ich nie so gut ich habe was ganz tolles gefunden wo bist du bei einem pappkarton hallo ebims 1 opfer ja ja warte mal hier hast du noch leere gläser net hat sie jetzt nicht mehr so ich muss immer langsam auch gucken weil so viel platz habe ich jetzt auch nicht mehr dank deiner aktion was keine beschwerde ist ja geht es hier irgendwie auch weiter anscheinend da ist eine treppe doch hier ist eine treppe da ist noch müll warte 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 ja wow guck mal warten da ist eine treppe ich will nicht immer vorlaufen doch weißt du der mit 26 leben geh mal vor warst du denn bist du blöd hat er gut gemacht ja danke ja bitte hier so ein trübes wasser drin in der toilette ok meine nur von nein wie cool plastersteine nice was denn was denn was denn ah ja jetzt noch trübes wasser hier hier unten da ja und im klo ich glaube ich möchte es haben diese schwere rüstung ist irgendwie nichts für mich so im moment gerade mein mod daraus machen dann du tragen und läuft sicher noch schlimmer aus ich will mein mandel wieder ja ich will meine anzugsjacke wieder ich will den spielstand wieder und da kann ich den mod gar nicht reinpacken ist ja super naja dann halt da ok bin ich schön willst du schwere rüstung haben oder soll ich es dann weg ne 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 mach ich habe jetzt laufschuhe an nein doch ist ja der wahnsinn ja oder brutal oh mein gott alles ok ich habe noch zehn leben nice oder nice da ich sehe ich aus wie ein richtiger hält bräuchte langsam mal was zu futtern oder so ich habe eine dose nudeln dabei ich könnte schmerzmittel nehmen aber so viel trinken habe ich nicht mehr also ja dann lass schnell heimgehen ne wir haben noch einen dachboden vor uns ach echt hier guck doch da ist ein loch in der decke hier ist noch ein keller an hier ist noch hoch gekommen weil guck hier im schlafzimmer war ein loch in der decke ja ok aber wie kommen wir da hoch äh fotosynthese guck mal hier guck mal hinter dir ahja oh oh hinter dir ach so ne der decke den gibt es nicht mehr ok den gibt es nicht mehr oh nein 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 fuck 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 ok ich habe ihn direkt verkrüppelt was ist denn das hier für ein dachboden ey hier sind noch ein paar was genau? Zombies? Zombies gut was ist mit dir los? toll warum krabbeln die alle so? das weiß ich nicht ist ja creepy hä? da ist ja noch irgendwo guck mal da in der Kopf in dem Dings ist was denn? warte ganz kurz was für dich drinnen ach cool danke wo sind die denn? ich weiß es nicht hm das klingt gar nicht mal so weit weg ne? ja buh alter da ist Big Mama da hat man Welten gesehen die wollte man gar nicht sehen ja ist wirklich so gut ok aber wo ist die hergekommen? ich will es gar nicht wissen die hat sich bestimmt da durch das Loch gequetscht das glaube ich nicht die muss sich irgendwas freigehauen haben oh oh ist ja schön oh ich glaube ich habe deine Jacke wieder guck mal oh ja tatsächlich möchtest du sie haben? mhm dir steht sie eh viel besser nimm sie mhm danke ich weiß doch was du willst man ich möchte aber bitte das du das dazu noch anziehst ich bin so wunderschön sag mal ich mal geil also ohne helm ging es fast noch naja den komischen falten da bin halt so eine oma wo ist die quale jetzt hergekommen ich würde es echt gern wissen ja von unten glaube ich nicht dass sie die treppe hoch ist doch safe aber woanders wird es ja keinen sinn machen hast du das ja ja gehen wir heim oder was müssen wasser kochen ja unbedingt ja zuerst mal gucken ah da ist der schlafsack hier so eine garage oder so ob da was drin ist ja müll jetzt sollte mich vielleicht nichts mehr hätten ja warte mal was denn dein outfit ach so warte mal ich guck mal gerade was ja was da ja was denn wenn du vitamine nimmst meinst du das hilft dann kriege ich nur weniger schaden komm das rein na gut okay nach dir da ist eine hundhütte ne ja ich weiß sagst du wo war denn noch mal unser haus na da wo oben der schlafsack symbol ist naja sieht schon wie im bett aus ja keine viecher wie bitte keine viecher sagte ich ja ist doch super nein ist es nicht warum kommt ihr alle in der nacht dann wieder nein ich meine viecher mit tiere ach so sind tiere keine viecher ach so mensch goggle ja so wo bist du was ich bock bock ich brauche jetzt erstmal wasser ich habe es immer noch nicht raus wo man denn den bogen anlegen muss man wie meinst du na wegen dem zielen ach so wo ist der scheiß Huhn jetzt hin hallo check on you're going you're going was war denn das machst du das ich bin am jagen okay 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 ich habe es dann oh ich bin durstig ich nehme es kurz aus und dann komme ich zurück bahnen hase und hase und und in und 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 Hä? Bist du dumm? Läufst du bitte nicht in die Minen rein? Okay. Ich habe gerade noch einen Hasen gefunden, okay? Cool. Jetzt kann ich dir einen echten Hasen zeigen. Naja, zumindest habe ich jetzt 24 Fleisch. Ist besser als nix, oder? Ja. Oh, drop! Oh, ich bin mehr als voll und quasi tot und durstig und hungrig. Ja, alles gut. Ich glaube, ich mache mich auf den Weg. Oh, so weit ist der gar nicht weg. Guck mal, 400 Meter. Ja, wirklich. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Oh, mitten in die Stadt rein. Geil. Lieben wir. Ist eigentlich wirklich ganz praktisch, oder? Äh, das Wasser ist auf dem Herd. Ich hätte mir vielleicht was mitnehmen sollen, ich halt. Ja. Was hast du denn für einen Gebietsschutzblock da stehen? Na, damit keine Zombies spawnen. Ist meiner auch noch hier irgendwo? Müsste eigentlich, ja. Oder ist es meiner gewesen? Das kann auch sein. Ich habe nämlich noch keinen gesetzt gehabt. Das habe ich gemerkt, ja. Ich wollte den Erfolg auch haben, deswegen frage ich. Ach so, ja, ja. Ja, ich habe den Erfolg, wo ich da ein bisschen alleine gespielt hatte. Ja, das Problem ist, das ist unser einzige anscheinend. Ach so. Nice. Hä? Kann das sein? Ja, du wirst deinen schon gesetzt haben. Eigentlich nicht, ne. So unrealistisch ist es jetzt halt auch nicht, ne? Wahnsinn. Hier in dem, äh, toll, wow, das hat sich null gelohnt. Hier in dem? Ähm, in dem Drop war ein Baumwollsamen Rezept drin, das habe ich gleich gelernt. und, äh, Rüstungssatz mit Stoff. Okay. Also total... Ew. Unnötig. Ew. Ew. Was für Ew? Äh, ich bin gerade über so eine Blutlache gelaufen. Geil. Hast du Bogenschießen für Ranger Band 3 schon? Ähm. 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 Nein. Okay, bring ich dir mit. Nice. Ja, gell? Hm. So. Achso, ich kann das da gar nicht kochen. Äh, ich packe das dann in ne, keine Ahnung, in ne Kiste? Ja. Da wo die Sprungfedern, diese Schraubenfedern drin sind, ist auch gleich drin. Alles klar. Und die leeren Gläser habe ich da auch reingepackt, ja. Okay. So, be! Hast du Nadel- und Fadenband 3 schon? Hatte ich das schon mal gefragt? Ich glaube, das haben wir ja schon irgendwie acht Mal oder so gehabt. Also ja, ich kann's schon. Bist du wieder am Entdecken, ja? Nein. 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 Du doch nicht. Ich doch nicht. Ja gut, ich meine, wir haben jetzt Tag 4. Bisschen Zeit haben wir noch, ne? Ja. Wobei ich dann so echt Hunger habe. Soll ich zurückkommen und kochen? Ich müsste ja fast noch mal ein bisschen Fleisch gucken, hm? Ja. Das bisschen reißt ja jetzt nicht so viel. Das kostet halt echt viel. Das ist halt echt traurig. Ich meine, das ist echt ernst. Fünf Stück, ne? Ja. Fünf für ein Fleisch. Jo. Schlechter Deal. So. Sehr, sehr schlechter Deal. So. Chicken. Chicken wing, chicken wing, da 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 da. Boah, Pfeile. Toll. Ich hab kein Holz mehr. Moment. Halt, stopp. Ja. Ja. Okay. Warten. Erstmal wieder richtig setzen. Heftig. Ja, gell? Erzähl mir mehr. Äh. Mhm. Wo ist denn mein Hühnchen? Ja, wo ist denn? Hühnchen läuft grad nach Hause. Hühnchen? Ja. Okay. Tolles Rand weg. Bleib doch einfach stehen und beuge dich deinem Schicksal. Okay. Toll, ey. Flitzer. Oh, Müll. Wird bald auch getroffen, Mensch. Erzähl mir doch nix. Okay, kurz über dem Ziel nicht. Wenn sie sich bewegt schon mal gar nicht. Genau das Symbol auch nicht. Oh, du hast die Hose ja gar nicht mehr an. Nee. Ich versteh's nicht. Ich bin zu blöd zum Bogenschießen. Hä? Bist du dumm? Manchmal? Boah, erstmal 20 Pfeile wie so'n scheiß Huhn, ey. Wo ist hin? Hallo? Chicken. Hallo? Chicken. H doen. H…? Hust du doch mal? Hust du doch mal raus? hebt getroffen naja es ist ja lächerlich so hase profi jäger ich sag's dir mit der pistole mit der pistole schön naja und schon habe ich wieder 24 vielleicht was da los nice ja oder ja da wurde das fleisch reingelegt hast da liegt jetzt immer noch und ich hab dir da zwei bücher reingesetzt okay also das ist das wasser dauert so lange ok kappler ohne den sack fallen gelassen ist größer der typ selber an eister hat er munition dabei nice junge rennt doch nicht weg mensch da toll der hunger wird langsam grenzwertig ja ich guck grad was ich legte in der truhe noch was das darfst du dann hinsetzen okay ich kümmere mich jetzt ums fleisch ich beende kurzes wasser weil da haben wir jetzt ein bisschen was und ja mach erst mal dann futter ich habe gerade noch den einen hasen und dann komme ich zurück wenn du eier auf dem weg findest dann nehme ich dir auch gerne okay jetzt ein zombie geht da auch nee außer hat fleisch dabei ja aber kein leckeres ja dann nicht und nein wo habe ich denn das hasi erschossen ich mein tod gestreichelt nee das wäre jetzt ehrlich ja hallo hallo wenn du mich hörst zuck dreimal mit dem ohr toll ist nur wegen dem zombie da alle sich versteckt die sau hast du noch gefunden hier ist ein hasen popo also ein bommel guckt aus dem busch raus er sieht irgendwie nicht so gesund aus meine nahrungsleiste blinkt rot ja das ist jetzt schlecht wieso okay da ist gerade eins fertig geworden geht direkt zum feuer ja ich lasse das da drin ja du bist witzig siehst du wo ich bin ja sind nur 250 meter ja was soll ich dir entgegenkommen nee ich werde es schon überleben nächstes mal nimmst du hier eine dose katzenfutter mit hätten wir gar ah ich habe hier thunfisch dabei ja dann wird er das schnell wieso dauert es denn diesmal so lang häusern verstehe ich nicht verstehe ich nicht verstehe ich nicht ach so schon ja okay so nein sind dann auch schon wieder bei einer halben stunde oh ja warte mal jetzt schon mal ich muss jetzt mal aufpassen ich bin hier wieder bei diesen oder es ist ein anderer stützpunkt ne da waren wir drin da muss ich aufpassen wegen den minen gell ja oh gott hier ist der weg doch meine brille nicht auf doch du hast eine auf wow ne habe ich nicht doch ja tatsächlich deine pedo brille oh mein gott wir sind hier überall ja da okay ich habe es überlebt ich bin sehr stolz auf dich ist hier denn noch irgendwo ein tier nein okay ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da ganz viel Futter ihr lässt mir bitte auch was ja ja klar hast du das vielleicht zufällig schon in die kiste ähm nein guck mal ach so ich kann es hinschmeißen oder willst du es äh mir ist egal hey gib ruhig gib ruhig gib 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 bitteschön danke guck mal hier in der kiste drei sachen für dich nice dankeschön bitteschön darf sie gleich setzen was bringt denn dieser gebietsschutzblock da kommen keine zombies und so okay ist ja interessant nice so dann ach so wir müssen ja schon wieder nach es ist ja schon wieder soweit yo oh mein gott wie die zeit vergeht wenn man Hase jagt wahnsinn na dann würde ich sagen bis zum nächsten mal wa bis zum nächsten mal ciao tschau 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 tschau